hallo und herzlich willkommen zum fünften teil von donkey kong country mein name sind 26 wir sind beim fünften teil habe ich das gesagt ich glaube schon auf jeden fall jetzt wisst ihr das fünfte teil von country ich glaube ich habe irgendwas doppelt und dreifach gewinnt wir sind im gletscher und wir müssen schnee fässer beschisserer beschloss wir kommen aus dem igloo und es ist rutschig ich möchte nicht mehr wir gehen nach hause wo das erinnere ich mich auf dem gameboy auf dem game was nämlich auch so bescheuert auf dem eis auf dem schnee man hat hat keine kontrolle ball aus luft ballon das war knapp was machen eigentlich übrigens die geier schon wieder hier geier sind auch nicht in der arktis zu hause oder auf dem gletscher die wehren doch in der wüste gott nicht schon wieder fässer ja wahrscheinlich wuppa gibt es da nicht einen trick doch klar hauptsache man wird über die ganze map geschossen was ist hier unten das ist o drin ich sehe nix ich sehe absolut nichts ne aber ist tatsächlich das o drin wo meine güte das sieht übelst aus also man sieht dass es so scheitengleis man sieht dass es schneit aber was das ist wo das von der sicht her übelst ja super einfach mal über die ganze map geschossen was ist da unten muss ich jetzt das o nochmal holen glaube schon oder von was ist das abhängig wann wird was gespeichert schon wieder so hoch vielleicht sehen wir doch noch das erste game over es könnte sehr gut sein ach du heilige banane gut ist egal was da unten ist das war jetzt irgendwie viel zu viel risiko mit einem leben meine güte das darf nicht mal sein wo habe ich übrigens die leben verloren wo habe ich die leben verloren das wird mich hier schon interessieren die die komm mal danke hier war das end zum glück habe ich mich gerade ausgeschossen aber es wird so nicht einfacher also ich würde sagen das war richtig was meint ihr das war jetzt auch mehr zufall als was anderes nice aber wir können aktuell auch nicht zurück das heißt wir müssen es schaffen slip slide oh nein eine rutsche die sieht sehr sehr hübsch aus da oben ist das komma die geht automatisch hoch hier ist was drin hier in der wand nein dann unten in der wand dann wäre es hier wahrscheinlich gewesen das level sieht sehr sehr cool aus an den einen rutsch ich runter ach nee hey 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 nee amatillo oder gürteltier was auch immer du bist nee lass mal das war knapp nein kann man irgendwie nur zur seite wechseln mit dem knöpp hier knöpp hier oh man ich glaube das geht das geht in die hosen könnt ihr zwei von mir war es doch zwei oder ich hätte es ja noch besser triggern müssen ne scheiße donkey könnte mir noch etwas helfen in einer schwierigen zeit k habe ich schon mal noch weiter nach hinten ist nicht um hoch wie wäre es einfach mit kleinen sprüngen igel das wäre doch eine variante ich weiß auch nicht jetzt ob ich den richtigen weg gehe oder nicht eigentlich wäre das ziel einfach mal zu schaffen weil ich glaube leben habe ich nicht mehr ok hier brauche ich gegner du bist einer damit ich hoch kann hier ist das ein geheimes bonus fässchen runter hoch wie weit geht denn das runter schon sehr weit bananen staude würde mich jetzt schon noch reizen weil na gut wir haben das leben wir haben schon wieder drei leben oh wir haben noch espresso können wir noch nochmals leben sammeln also bisher überlebe ich ganz gut ah nee dann gehen wir hier wieder zurück und dann klettern wir auf der anderen seite hoch oh triggern 350 oder 376 müsste der rekord von mir sein nein so nicht jetzt gehen wir einfach mal zurück und wir hier mal alles den ganzen rest ein nein nicht in den gleichen 49 das ist sicher ich hätte noch bisschen sammeln müssen da hätte ich wenigstens vier leben gehabt hätte das nicht warten können wo sind wir jetzt eigentlich keiner weiß es so genau aber hauptsache ich bin da wenn man nichts sieht sollte man nicht springen würde ich jetzt einfach mal ganz frech behaupten aber ich bin trotzdem gesprungen was ist denn hier hinten das level ist irgendwie groß das ist fies was ist denn links oben war links oben das geheimlevel nein was nicht was war links oben muss ich legen noch mal links oben wäre das wäre das der bessere weg man weiß es nicht finden wir sowas komm mal gegner danke dann ist hoch da ach hier war der buchstabe wieso ist der jetzt wieder gespeichert aber wieso ist jetzt der buchstube wieder gespeichert ich war echt das ist alles ein bisschen komisch wir sind vorhin schon hier durch gewandert wahrscheinlich hier hoch oder ich wirklich habe jetzt ein buchstabe und die onky kong oh ne und jetzt ok jetzt müssen wir eh da durch nein ach du kacke zum glück ist hier in der nähe damit ich das level noch problemlos schaffen kann hier oben wären bananen stauten wir nehmen die mal mit zehn bananen sind zehn bananen dieses minispiel hatten wir bisher noch nicht ok hier ist drei kann es sein dass es nicht so prickelnd ist dieses level also dieses bonus level hier ist was ja geht zwar ganz in ordnung wenn ich wenn ich glück habe schaffe ich es auf drei das wäre schön runter naja jetzt einiges gehabt aber wir gehen ja nach unten drei leben haben wir auf jeden fall vier werden wir nicht schaffen glaube ich hoch mal zwei ach die bananen sind mal zwei gewesen wo gibt es das in jedem level das war gut jetzt haben wir wieder schöne leben zehn leben das war gut dafür müssen wir wieder beim checkpoint starten wir können trotzdem ein bisschen auf unser leben aufpassen weil oh nein knapp ähm das hinten ist aber nicht gespeichert oder schnell schade ich habe zwar eine biene kaputt gemacht aber sowas nicht gemeint ja hier komme ich schon an einer biene komme ich vorbei oh da kommt das krokodil von hinten ja ich glaube wir haben wir haben hier wieder ein schwereres level das ist einfach ein bisschen und ach das darf ich nicht igel das darf ich nicht aber deswegen komme ich hoch ich schaffe das ich schaffe das schon nein das reicht niemals ich brauche Donkey Kong zum da hochkommen deswegen deswegen ist ja wahrscheinlich auch Donkey Kong da oben verfügbar ich wüsste sonst nicht wieso das dort Donkey Kong ist wir lassen sie einfach liegen ich musste erstmal das Level schaffen das ist wichtiger Njam nyam 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 njam nyam njam nyam milyam vertically Sole damy sitzt Lernwilligeы nja der lernwilligeo Schaut an, schaut an. Okay. Ich hab die Dickung behalten. Applaus, Applaus. Für meine Worte, mein Herz geht auf, wenn ich lach. Ich springe einfach immer bei der zweiten Banane. Oh, du musst springen. Hm? Wie komm ich da besser hoch? Hochspringen, oder? So, wir haben mal wieder Kong. Ach nö, ich hätte wahrscheinlich einfach das rüberziehen können, ne? Naja, ist egal. Ist egal. Na komm, wir machen noch eins. Ice Age. Hier finden wir also Stitch und Money. Ach nö. Okay. Oh, dieser Schnee gefällt mir ja irgendwie nicht. Irgendwie ist ein cooler... Oh nein! Irgendwie ist ein cooler Effekt, aber es stört. Das ist besser. Weil jetzt ist es nicht mehr so krass mit dem Schnee. Ich glaube, oben wären Buchstabe gewesen. Aber es ist nur eine Vermutung. Hey, ich habe das Donkey Kong-Fass in der Hand. Hallo? Schiebung! Unglaublich. Unglaublich. Hinter mir ist ein Donkey Kong-Fass. Oh, dieser Schnee wieder. Mach ihn weniger, bitte. Ich mag den nicht. Danke. Der ist besser. Der ist angenehm. Ja, hier ist tatsächlich was. Einfach mal ballern. Oh. Hier ist Espresso. Ah, ich kann es... Ich kann Espresso mitnehmen. Hä? Wie hätte das jetzt gehen sollen? Oh, es wird Nacht. Nein, 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 nein. Oh, der Schnee hat sich... Schnee hat aufgehört. Ich habe das K vergessen. Schade. Ich hätte auch nicht gewusst, wo ich das nachgucken soll. Ist es wieder Tag? Jetzt beginnt es sich... Oh, Mann. Du lebst bestimmt auch nicht im Eis. Das Spiel... ...verdreht Realitäten. Was man so nicht akzeptieren kann. Punkt. Komm, Didi. Oh. Bin ich sehr früh gesprungen. Jetzt hier muss man einmal warten, würde ich sagen. Jetzt. Perfekt. Heute in diesem Part lernt Igel etwas schneller. Moment. Nein. Ich habe verkackt. Nein. Das ist ein Oranguten hier oben. Nein, 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 nein. Lass mal. Gut. Hauptsache, wir haben die Hälfte der Buchstaben vergessen. Das ist ja egal. Ach, nee. Fies. Nee. Nee. Exit. 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 Können wir jetzt offiziell speichern? Nee, können wir nicht. Aber komm, ich würde sagen, das machen wir noch. Es ist jetzt streng gegangen. Wir haben 19 Minuten. Oh. Und da war es der Level? Eine Qualle? Nee, ist kein Weg. Hier links. Hier ist auch kein Weg. Und ein Kraken. Oh nein, der folgt. Oh nein, nein, nein. Der folgt, folgt mich. Kann ich wissen, dass das deine Haltestation ist? Du dummer Kraken. Das sind nach wie vor. Ich habe das schon mal gesagt. Die Tiere. Die ich echt eklig finde, ne? Die mag ich nicht. Kraken, Oktopusse. Wie sich die bewegen. Ich finde das echt eklig. Wieso? Ich kann doch nicht so schnell schwimmen. Ich bin ein Affe. Sechs leben. Nein. Oh Mann. Das war knapp. Stopp. Los, schwimm, Donkey. Und runter. Bananenstaude sein lassen. Das kam mitten auf dem Weg. Mann, die Kracke ist schneller. Die Kracke, sie ist schneller. Nein, nein. Stopp, stopp. Das war dumm. Oh nein. Okay. Okay. He he. Und das Wasser in der Kanone ist auch nicht schlecht. Nein, nein, nein. Lass mal, lass mal, lass mal, lass mal. Schön diagonal den kürzesten Weg nehmen. Ja, hier hänge ich sie ab. Oh, hätte ich nach oben da gemusst? Oder wäre es dort nur der... Moment, die ist gar nicht da, ne? Wieder geht die Spawned wahrscheinlich. Ähm, tut. Boah. Ich hätte mich auch gut vor... Oh, Mama Mia. Nein, 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 nein. Ich muss weg. Die singen wir etwas schneller. Ne, 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 lass mal, lass mal, lass mal. Glaube ich, sind Bananen zu oft? Ich glaube, man könnte einiges entdecken. Hier in diesem riesigen Labyrinth. Oh, ein Hai. Oh, Mama Mia. Wieso immer so kurz? So wenig Zeit. Er hat das Ohr, hab ich vergessen. Ich habe eine Vermutung, wo es sein könnte. Ich habe den Bananen zu sehr vertraut. Die Bananen haben nichts... Moment. Ein Bananen... Ein Ballon. Das hat sich gelohnt. Gambi! Hi! Könnt ihr die Kragen kaputt machen? Ich glaube nicht. Aber er ist schnell. Moment. Ne. Jesus, geh. Noch umso nerviger, dass es nicht gereicht hat. Jetzt müsste aber Candy kommen, oder? Candy. Wir alle mögen Candy. Nee, weder noch. Naja. Egal. Nicht mal... Nur noch Cranky Kong. Aber, Leute. Ich würde sagen... Das war's für diesen Teil. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt bisher. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Egg26. Ciao zusammen. Bye bye, Stream Deck. Ich bedanke mich fürs Zusehen.